hallo minecraft willkommen zur nächsten folge hermit pack ja wir sind immer noch oder wieder auf der suche nach einem npc dorf mit einer schmiede wir waren ja letztes mal noch mal losgegangen nachdem wir zuvor schon zwei drei folgen erfolglos gesucht haben habe ich noch jetzt habe ich wieso ist da keine textur drin habe ich ganz update gemacht auf die neueste version hat es mir alle einstellungen verhauen da ist ja doof muss ich wieder suchen vor allem sind ja alle sachen gar nicht vergeben list player ist bei mir immer b wieder muss ich wieder suchen woher ding war warte mal wir können ja hinten einfach gucken wo steht hier ab dann dann ja wohl also dass die textur jetzt fehlt das finde ich ein bisschen doof um es mal gelinde zu sagen ja finde ich total richtig doof da sind noch mehr hunde die haben wohl irgendwas getötet ein schaf wahrscheinlich oh da ist ein riesen gebirgszug und da ist eine schlucht ok und dann gehen wir mal schön außen rum und ich hoffe immer noch immer noch immer noch immer noch immer noch dass ich ein mbc-dorf finde bei dem ich auch eine schmiede habe man der einzige grund weshalb wir überhaupt auf dem weg sind und dann gehen wir müssen da runter und dann gehen wir müssen da runter ok holz haben wir auch nicht reichen 8 holz ja wir haben sogar vier wolle gekriegt so machen wir mal eine runde gute nacht guten morgen und er verfolgt mich sogar so weiter geht die suche nach dem verschollenen dorf ok ja kürbis kürbis ich weiß noch nicht ob man das brauchen aber schaden kann es auch nicht sind wir jetzt schon bei der wüste bei der der tempel war oder gibt es noch mal einen nein nein ich habe Angst dass ich hier runterfalle es gibt so schöne viele berge das ist eine schleim insel draußen geht die party ab fährt der krankenwagen rum oder die feuerwehr keine ahnung äh die polizei und mann ich will doch bloß so ein doofes dorf mehr will ich doch gar nicht ist es denn so viel verlangt scheint so nicht runterfallen dann wären wir in laba gelandet da ist ein Dorf waren wir da schon? gibt es da? da waren wir noch nicht Schmiede bitte bitte gebt mir eine Schmiede boah das war knapp ich will doch bloß eine Schmiede so eine Schmiede brauche ich ja nicht mal ich brauche nur ähm lass mal die Türe auf bitte danke da ist bestimmt wieder nichts drin da ist immer nichts drin eine Schmiede brauche ich ja nicht mal ich brauche nur das Haus in dem diese Sachen drin sind Mann das wird ein leeres Haus da ist wahrscheinlich gar nichts drin ach Mensch das ist ein bisschen enttäuschend muss ich echt sagen bisschen arg sogar ja nicht nur ein bisschen ich gebe mir hier mega viel Mühe um irgendwas zu finden ach schade ich habe gerade überlegt ob ich mir ein Pferdchen zähme aber ich finde hier einfach gar nicht das was ich brauche habt ihr Ideen ob ich mir die Schablonen irgendwie selber machen kann zum Teil ja das weiß ich aber nicht alle dazu muss ich muss ich Vorlagen finden und die Vorlagen finde ich aber bloß im NPC Dorf mal ein bisschen traurig vielleicht noch ein Körbis vielleicht hat es noch ein paar Körbisse sogar aber wir haben zwei die können wir ja anpflanzen dann kriegen wir wieder ein paar mehr raus nein nicht hin wir haben jetzt sogar einen Arbeitsspeicher auf 8 GB gesetzt hier da ist einfach nichts man das ist äh ärgerlich ärgerlich hoch 10 wir gehen jetzt einfach wieder nach Hause weil das bringt gerade nichts ich hätte so gerne so ein NPC Dorf gefunden aber irgendwie will Fortuna mir das nicht geben warte mal wir bleiben hier oben aber die Pferde sind ja gar nicht so weit weg wir bleiben hier oben also lassen wir uns auf die ups ich brauche Aluminium und Kupfer Kupfer ich gehe mal gerade gucken ob ich hier was finde ja ok gefunden habe ich was aber nicht das was ich will da kommt noch so einer in der Richtung da kommt noch so einer in der Richtung ich gehe ok danke spider hier ist so dunkel da habe ich Angst also gut zu wissen dass hier eine Höhle ist aber mehr können wir hier im Moment nicht anwangen das wäre der 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 den der 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 die der der ich dachte wir kommen direkt da oben raus ich glaube wir müssen hier mal eine brücke rüber bauen dann ja so war geradeaus rüber müssen wir jedes mal runter und hoch und jedes mal muss ich hier springen und machen und tun darauf habe ich eigentlich gar keine lust so brauchen nämlich alles viel zu viel zeit die ich gar nicht habe falsch gelaufen wir sind wieder da wir sind wieder zu hause k so hat zeigte nun im mitten ok und 9 ich will nicht Pflanzen wir da mal Reis an. Was machen wir jetzt? Gut. Inventarleeren. Reine, 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 reine. Da kommt auch noch ein bisschen rein. Wir haben so viele Bücher schon. Osminus worden und Osminus die Leggings. Okay. Erste Kiste schon fast voll. Was ist denn das? Solar Array. Okay. Schlafen. 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 Okay. Also. Wir sollten uns mal equipen für eine Expeditions-Tour in den Untergrund. Machen wir das noch rein. Nehmen wir mit. Und Holz nehmen wir auch mit. Dann können wir was binden. Hier. Zehn Loks. Außerdem. Eisen haben wir noch. Ah, hier haben wir noch Eisen. So. Dann machen wir uns gleich nochmal zwei Spitzsacken und eine Schaufel. Wenn wir so viele Leute hätten. Okay. So, und jetzt auf vier. Und dann gehen wir mal nach unten, äh, suchen uns. Ein bisschen Ressourcen zusammen. Geronimo! Das ging mal flop. Ah, nicht immer so langsam. Ne, jetzt krieg ich gleich wieder Schalten. Nö, die Bienen sind irgendwie nicht so böse. Ich will da drüben rein. Ne, ich will doch nicht da rein. Das war, glaube ich, die Höhle, wo wir gerade waren. Da gibt's gleich Gohle. Wir brauchen nämlich ein paar Rohstoffe. Zu. 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 Gut. Gräber. Ist egal. Nein. Das nicht. Oh, noch einer. Gut. So war's okay. Oh, Kupfer. Nein, es sind gar keine richtigen Höhlen. Es sind nur so Durchgangsteile. Aber dafür recht groß. So, Kupfer nehmen wir auf jeden Fall mit. Was haben wir hier? Ah, was sieht das aus? Bauxit. Bauxit gibt's hier. Wow. Da haben wir noch damals... Ach, das konnten wir für... Für was konnten wir das nochmal nehmen? Ich glaube, um die Maschinen zu verbessern. Kann das sein? Ich glaube... Ich meine, das war um Maschinen schneller oder so zu machen. Hm, ne? Kupfer. So, wir müssen uns jetzt einfach mal nach unten graben. Und gucken, was da auf uns zukommt. Vielleicht wäre eigentlich auch so eine... So eine Ding ist da nicht schlecht. Ja, so eine Schlucht wäre nicht schlecht gewesen. Aber wir gehen jetzt hier erstmal einfach nach unten. Und dann gucken wir mal, was wir hier alles kriegen können. Und... Und... Muss aber auch schon dazu sagen, das ist das schon wieder von Gieselfolge Minecraft Hermit Pack. Auf der B-Lounge war. Ähm... Was haben wir hier? Wasmium! Ja, sehr gut. Ich hätte mir gerne so Tinkers Werkzeug gemacht. Wenn ihr irgendeine Idee habt, wie ich an diese Schablonen komme, dann schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Damit ich da vorwärts komme, weil das Tinkers Werkzeug ist einfach deutlich besser. Ja? Ist haltbarer. So. Äh, das ist haltbarer und damit kann man einfach mehr anfangen, weil sich das hochlevelt. Kann man upgraden auf Silk Touch oder weiß was ich was alles. Ja? Deshalb viel besser. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Oder ein Like oder ein Abo, wie ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Minecraft.